I am the Jochenland, das ist der Frühsport für Freitag, den 8. März 2024. Schönen guten Morgen. Gestern habe ich ja die Luft angehalten. Die Unofficial World Club Championship von Bayer Leverkusen war in Gefahr. Sie sind ja seit, ich muss gucken, hier läuft der Counter, 201 Tagen sind sie Rekordhalter dieses Titels. Rekordhalter sind sie nicht, aber sie haben diesen Titel seit 201 Tagen und haben ihn so oft schon verteidigen können, dass sie in der gesamten Rangliste aller Titelverteidigungen, aller erfolgreichen, jetzt schon aufgeschlossen haben zu Bayern München und auch Mittelspro als beste deutsche Mannschaft. Also sowohl Bayern als auch Leverkusen haben es geschafft, 45 Mal die UWCC zu verteidigen. Noch eine Titelverteidigung mehr jetzt am kommenden Wochenende und Leverkusen ist alleiniger deutscher Spitzenreiter. Vor ihnen liegen nur noch 14 englische Vereine. 45 Titelverteidigungen für Bayer und auch für München momentan. An der Spitze liegt übrigens 1. Villa mit 101. Da haben sie noch einen weiten Weg bis dahin. Wer nicht weiß, was das ist, die UWCC, das haben wir hier öfter schon thematisiert. Das hat irgendjemand mal angefangen mit dem allerersten dokumentierten Fußballspiel und hat dann den Sieger dieses allerersten Fußballspiels als Unofficial World Club Champion ausgerufen, weil der war zu dem Zeitpunkt der Einzige, der überhaupt jemals ein Spiel gewonnen hat. So, dann ging das so lange weiter, bis diese Mannschaft irgendwann mal geschlagen wurde. Und damit war dann der, der sie besiegt hat, der neue Unofficial World Club Champion. So ist hier auch jetzt. Leverkusen ist das jetzt seit 201 Tagen. Wenn die irgendwann mal verlieren, wechselt der Titel zu der Mannschaft, die sie besiegt. Und wenn das jetzt passiert wäre gegen Kadabak Akdam gestern, dann wäre dieser Titel wahrscheinlich für alle Ewigkeiten, sag ich jetzt einfach mal, versackt in Aserbaidschan. Das ist ja so ein bisschen der Haken da dran. Wenn der mal einem Land feststeckt, dann ist die Chance ja viel größer, dass er erstmal in dem Land weiter rotiert. Das ist das, wenn er gegen Kadabak Akdam verloren hat. Die schlagen hinten 0 zu 2 gegen Akdam. Haben erst ja wirklich ganz, ganz kurz vor Schluss ausgeglichen noch. Sonst wäre das Ding weg gewesen. Und wenn man es dann, wenn dann Akdam verliert, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wenn die jetzt spielen am Wochenende. Aber wenn sie das tatsächlich verlören, aber ich gucke jetzt nach, ob die überhaupt ein Spiel haben jetzt dazwischen. Bis zum Rückspiel. Weil nächstes Jahr Rückspiel muss man fairerweise sagen. So, und dazwischen spielen sie, tatsächlich, sie spielen dazwischen nochmal gegen Zira am Wochenende. Und wenn sie gegen Zira verloren hätten, das Ding wäre nie wieder rausgekommen aus Aserbaidschan, glaube ich. Zumindest in den nächsten Jahren nicht mehr, weil es müsste ja dann wirklich erstmal wieder zu einer Mannschaft kommen, die international spielt. Und die müssten dann dieses Spiel auch verlieren. Das ist Leverkusen ja mal passiert, als es damals verloren ging nach Budapest, war das, glaube ich. Und dann ging es da eine ganze Weile rum und dann kam es irgendwann wieder zurück. Bei Leverkusen war es gegen Ferenc Varos. Jetzt komme ich ins Schleudern. Ich gucke nach. Nee, finde ich das auf die Schnelle? Weiß ich nicht. Da bin ich nicht drauf vorbereitet. Und dann hat Leverkusen, doch Ferenc Varos, tatsächlich. Und dann hat es Leverkusen von denen nämlich wiedergeholt, weil sie nämlich in der Saison drauf wieder gegen Ferenc Varos gelöst wurden. So eine ganz verrückte Nummer. Jetzt ist der Titel weiterhin bei uns in unseren Landen. Das heißt, jeder, der Leverkusen jetzt schlägt, ist neuer Weltmeister, inoffizieller Klubweltmeister. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Für Bayer Leverkusen. Und ob das irgendjemandem noch gelingen wird. Es könnte ja auch Karabak-Agnam noch sein. Aber die nächste Chance hat am Wochenende erstmal der VfL Wolfsburg. Wenn die gewinnen in Leverkusen, dann bleibt der Titel in Deutschland, aber eben bei den Wölfen erstmal. Das ist der Stand der Dinge. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber da sind wir auch gleich schon beim Thema. Gestern Abend Europa League, also Leverkusen hat es dann doch noch geschafft, ein 2 zu 2 zu retten bei Karabak-Agnam. Und im Rückspiel können sie jetzt alles klar machen für das Viertelfinale. Der SC Freiburg hat gewonnen gegen Western United zum ersten Mal in dieser Saison. Zweimal hatten sie schon verloren. Jetzt gab es den ersten Sieg im Hinspiel. Der K.O.-Runde ist natürlich immer ein ganz guter Zeitpunkt. Glückwunsch dazu. Olympique Marseille ist schon so gut wie durch. 4 zu 0 gegen Villarreal gewonnen. Milan gewinnt 4 zu 2 gegen Slavia Prag. Liverpool 5 zu 1 bei Sparta Prag. Auch klare Sache. AS Roma gewinnt 4 zu 0 gegen Brighton. Auch das vielleicht ein bisschen überraschend deutlich. Spannend ist es noch bei Benfica gegen Glasgow Rangers. Das ist 2 zu 2 ausgegangen. Genauso wie Karabak gegen Leverkusen. Gestern oder vorgestern gab es ja schon Spotting Lissabon 1 zu 1 gegen Atalanta. So, und dann gucken wir in die Conference League, was da passiert ist gestern. Auch hier gab es schon ein paar klare Siege. Fenerbahce gewinnt bei Union St. Giloas 3 zu 0. Sagareb schlägt Paok 2 zu 0. Lille gewinnt 3 zu 0 in Graz. Maccabi Tel Aviv 4 zu 1 bei Pireus. Guck an. Molde 2 zu 1 gegen Brügge. AC Florenz. Wildes Spiel bei Maccabi Haifa mit 4 zu 3 gewonnen. Und dann gab es noch Torlos. Ajax gegen 1. Villa. Und Servet Genf gegen Pilsen. Auch das ist 0 zu 0. Und damit Torlos ausgegangen. Nächste Woche dann die Rückspiele. Wir lassen uns überraschen, wie sie denn ausgehen werden. Und dann eben auch das nächste Duell. Vielleicht um die UWCC. Mal sehen. Was gibt es heute Abend Schönes? Wir haben 2. Bundesliga 1830. Fortuna Düsseldorf gegen den HSV. Kracher. Der HSV mit Baumgart. Die hat zuletzt gegen Osnabrück verloren. Und die müssen jetzt liefern. Aber auswärts sind sie sehr stark in dieser Saison. Und Düsseldorf hat oben wieder ein bisschen angeklopft. Will ja auch eigentlich hoch. Das wird, glaube ich, eine ganz wilde Nummer. Und im zweiten Spiel gucken wir nach ganz unten in der Tabelle. Nämlich Braunschweig gegen Rostock. Da ist es ganz wild. Da geht es gegen den Abstieg. Also eine tolle Konferenz, glaube ich. 1830 auf Sky kann man heute Abend gucken. Oder auch Einzelspiele. Wenn ihr da irgendwo mehr Aktien in einem dieser Vereine habt, guckt euch das ruhig an. Ich glaube, das kann man gut weggucken. Dritte Liga auch extrem attraktiv heute Abend. Dynamo Dresden gegen 60 München. Dresden im Schlingerkurs. Von den Aufstiegsplätzen jetzt gefallen von den Direkten. Die 60er. Gut drin in der Rückrunde. Wenn sie das gewinnen, dann wird es ganz wild. Auch in Dresden dann für Markus Anfang natürlich. Magenta Sport ist live dabei für euch. Und in der Bundesliga haben wir den VfB Stuttgart. Der ja gerne seinen Champions-League-Platz festigen möchte. Oben gegen Union Berlin. 20.30 auf der Zone. Und die Frauen-Bundesliga, die haben wir auch. 18.30 Essen gegen Duisburg. Das gibt es live auf der Zone. Und auf Magenta Sport. Wir gucken ins Ausland und stellen fest, da ist durchaus nicht ganz uninteressant, 21 Uhr in Spanien. Barcelona gegen Mallorca. Live auf der Zone zu sehen. Was haben wir noch? Napoli spielt im 20.45 gegen den FC Torino aus Italien. Diese Paarung auch auf der Zone live zu sehen. Aber die zweite Liga, finde ich, sticht so ein bisschen tatsächlich raus aus diesem Spieltag für meinen persönlichen Geschmack. Aber sucht euch was raus. Ihr guckt ja eh, was ihr wollt. Ist auch gut so. Dann gehen wir weiter zum Tennis. Da schauen wir nach Indian Wells. Tamara Korpac ist raus gegen Putin Seva. Ebenso wie Daniel Altmaier gegen Pui ausgeschieden. Aus deutscher Sicht. Aber auch Venus Williams zum Beispiel raus oder Stan Wawrinka ist draußen. Wir gucken mal, wie es da jetzt weitergeht heute in Indian Wells. Erstmal kann ich schon mal sagen, ihr könnt das ganze Turnier natürlich weiter verfolgen. Ab 20 Uhr auf Sky heute Abend auch wieder mit Konferenz zwischen ATP und WTA Turnier oder auch auf einem anderen Stream. Guckt wie gesagt nochmal auf Sky Austria, wenn ihr noch einen anderen Einzelstream haben wollt. Da wird meistens noch was anderes gezeigt, als in der Konferenz gerade läuft. Da kann man auch nochmal reinschauen, wenn man das möchte. Nadal hat abgesagt. Das Tutsch-Betsch gegen Ranic fällt leider aus. Das ist schade, finde ich. Dafür haben wir heute Yannick Hanfmann, Tatjana Maria, Angie Kerber gegen Ostapenko. Das ist auch schon interessant. Und wir haben Zverev, der heute einsteigt ins Turniergeschehen. Das alles also ab 20 Uhr irgendwo auf den Sky-Kanälen. Und dazu gibt es eben dann Doppel, habe ich gestern ja schon gesagt, mit Krapütz, mit Zverev, Melo, mit Mies, Davidovic, Fokina und mit Siegemund Errani. Unter anderem, um nur einige dieser Paarungen zu nennen. Aber das gibt ein buntes Programm, wenn ihr reinschauen wollt auf Sky. Macht euch einen netten Tennisabend oder eine nette Tennisnacht. Denn es wird ja eine ganze Weile hier gehen von 20 Uhr bis in die frühen Morgenstunden. Könnt ihr da also in die Wells gucken. Und ich glaube da, wer Bock drauf hat auf Tennis, der wird da gut unterhalten, könnte ich mir denken. Dann haben wir die Premier League Darts gestern gehabt. Luke Humphreys hat gewonnen, der Weltmeister im Finale gegen Michael Smith. Und interessant vor allem auch, dass Michael Van Gerwen zum zweiten Mal in der ersten Runde ausgeschieden ist. Der hatte ja davor drei Turniere in Folge gewonnen. Jetzt zweimal erste Runde raus. Und er führt zwar immer noch eine Gesamtwertung mit 15 Punkten. Aber ihm auf den Fersen jetzt. Humphreys mit 12, Luke Littler mit 11, Rob Cross mit 11, Michael Smith mit 10. Also es rutscht jetzt langsam doch zusammen. Aber es sind ja auch erst sechs von 16 Turnieren gespielt. Nächste Woche geht es dann weiter. Bayern München verliert in der Euroleague im Basketball. Bei Anadolu Efes sogar sehr deutlich mit 23 Punkten. Das ist ganz schön doof. Weil die beiden wollten ja tatsächlich nochmal anklopfen an die Playoff-Plätze oder Play-In-Plätze oder wie es heißt. Das sieht jetzt nicht so gut aus nach dieser Niederlage. Da hätten wir besser gewinnen sollen vielleicht. Albert Berlin hat da schon keine Chance mehr. Diesen Schlusslicht spielen bei Baskonia um 20.30 Uhr heute Abend. Und wenn das jemand sehen möchte, naja. Aber so der Klopper ist es da, glaube ich, nicht mehr von der Attraktivität her. Muss ich fairerweise gestehen. Deutsche Eishockey-Liga. Da lebt sie den letzten Spieltag heute Abend mit einer großen Konferenz auf Magenta Sport. Und die ist auch zu sehen auf Magenta Sport. Sport war schon vorher angekündigt. Also sie ist jetzt nicht nur im halbfreien Magenta Sport Sport zu sehen, weil es nicht mehr um so viel geht. Sondern das hatten sie schon vorher angekündigt. Letzter Spieltag wird da zu sehen sein. Die Playoff-Teams stehen fest. Wir spielen nur noch so bei ein paar Gelenkstellen, spielen wir noch so ein bisschen um die Platzierung. Aber wer Bock hat auf eine Eishockey-Konferenz mit sieben Spielen, die gibt es zum letzten Mal in dieser Saison zu sehen. Das kann ich schon mal sagen. Bei den Playoffs sind es da nicht mehr so viele Spiele gleichzeitig. Düsseldorf gegen Frankfurt haben wir. München gegen Augsburg. Eisberg gegen Fishtown. Das Topspiel. Da geht es noch um Platz 1 im Seeding. Das sind die ersten beiden gegeneinander. Wer gewinnt, ist... Wer klar gewinnt, ist vorne. Ingolstadt gegen Nürnberg haben wir. Iserlohn gegen Schwenningen. Köln gegen Mannheim. Und Straubing gegen Wolfsburg. Wenn jemand Lust hat, da rein zu gucken, tut es auf Magenta Sport. Und schaut euch nochmal eine schöne Konferenz an, wenn ihr Lust auf Eishockey habt. Dann habe ich im Angebot... Handball-Bundesliga. Zwei Spiele auf Dein Sports natürlich zu sehen. Melsungen. Die waren sehr gut gestartet. Jetzt fallen sie ein bisschen zurück gerade. Spielen in Balingen-Waldstädten um 19 Uhr. Und um 20 Uhr haben wir Eisenach gegen Hannover-Burgdorf. Beides also auf Dein Sports zu sehen. Gestern schon Magdeburg in der Champions League angetreten. Die haben bei Fest bei dem gewonnen. Haben damit auch ihren Gruppensieg eingetütet. Da geht es also demnächst in der K.O.-Runde weiter für den SCM. Glückwunsch auch dazu. Radsport aktuell. Wir haben gestern Paris-Nizza gehabt mit der fünften Etappe. Die geht an Olaf Koi. Wieder mal. Pascal Ackermann, knapp geschlagen, dritter. Immerhin. Protestplatz. Aber für ihn kann man sich nichts von kaufen im Radsport. Klar, aber immerhin. Und bei Terreno-Adriatico, da gab es eine Berg-Etappe. Und die ging tatsächlich an Jonathan Milan, der für mich jetzt auf der Bildfläche neu erschienen ist. Den hatte ich vorher noch nie jetzt großartig in der Rechnung drin. Er hat die Gesamtwertung jetzt übernommen von Ayuso bei Terreno-Adriatico. Und Wingergaard auf der 5, Chemner auf der 10. Und bei Paris-Nizza führt nach wie vor Luke Platt aus Australien, genau. Vor Buitrago, Kolumbien und Brandon McNulty. Da haben wir als besten Deutschen Georg Zimmermann. Der ist 26. Heute geht es weiter bei beiden Rundfahrten. Das habe ich gestern, glaube ich, vergessen zu sagen. Ich habe gestern nur die Etappensiege und die Gesamtstände genannt. Und habe vergessen zu sagen, dass die jeweils ja weitergehen. Das sage ich zwar immer dazu, dass es so jeden Tag in der selben Zeit. Heute wieder so Viertel nach 1, Terreno-Adriatico. Und dann um Viertel vor 4, Paris-Nizza mit der jeweiligen Etappe. Könnt ihr wieder reinschauen heute. Aber es gibt bei beiden, was gibt es denn bei Terreno-Adriatico, haben wir eine Berg-Etappe. Und bei Paris-Nizza, ja, da ist es ein bisschen hügelig. Aber das lasse ich nicht so ganz als Berg-Etappe durchgehen. Also keine richtig krasse Berg-Etappe. Mal gucken. Meadowstart-Eurosport is your friend. Da könnt ihr euch gerne vergnügen. Wer sagt, Mensch, ich wollte schon lang mal wieder Formel 1 gucken. Es ist schon wieder soweit. Qualifying in Saudi-Arabien heute. Mit Max Verstappen auf der Pole. Also noch nicht auf der Pole, aber dann bald auf der Pole. Los geht es um 18 Uhr mit dem Qualifying. Das kriegt ihr live zu sehen auf Sky Formel 1. Nicht auf RTL. Das ist wieder so ein Sky-exklusives Rennen heute. Also wenn ihr Lust habt, müsst ihr da dann schon mit Vorlieb nehmen. Exklusives Rennen ist nicht, was heute im Biathlon stattfindet. Aber es ist Biathlon zur besten Sendezeit. Das hat man ja auch nicht immer. Normalerweise ist es ja am Wochenende immer so irgendwie 14 Uhr. Wird gebiathlon. Richtig. Wird gebiathlon. Heute Abend gibt es zwei Wettbewerber. Wir sind im Übersehen. Soldier Hollow. Und das heißt also, die machen das natürlich tagsüber. Und bei uns ist das schon abends. Deswegen Primetime. Und da kann man folgendes tun. Man kann am Viertel nach 8 zum Beispiel die Staffel der Männer gucken. Zur besten Sendezeit. Live im Ersten bei der Sportschau zu sehen. Oder auch auf Eurosport 1, wer Lust hat. Und danach gibt es dann die Tagesthemen. Und dann gibt es die Zweitliga-Zusammenfassung im Ersten. Und dann gibt es gleich das nächste Rennen. Nämlich Sprintrennen der Frauen. Ab kurz vor 11 geht es da los. In Soldier Hollow habe ich eine genaue Anfangszeit. Ich gucke, ich glaube 22 Uhr und 23 Uhr ist es. 23 Uhr beginnt, als es der Frauen springt. Und die Männer fangen an um 20, 25. Übertragungen beginnen um Viertel nach 8. Also da könnt ihr mit dabei sein, wenn ihr Lust habt. Wer sagt, ich will aber lieber Skispringen gucken, der kann die Livestreams sich angucken auf sportschau.de. Und zwar Skispringen Quali in Oslo. Einmal haben wir die Männer ab 17 Uhr und die Frauen ab 20 Uhr. Wer also Lust hat auf sowas, der ist da auch herzlich eingeladen, reinzuschauen. Das ist auch schon alles in Sachen Wintersport. Mehr gibt es heute noch nicht. Also Skisprung Quali und dann eben die zwei Biathlon-Rennen. Aber das muss auch mal reichen. Wir haben morgen dann wieder ein Bundespaket an Wintersport, was wir schnüren werden. So, den Frühsport hätte ich für heute jetzt, glaube ich, auch. Dann endgültig ausgeschnürt. Ich habe hier jetzt nichts mehr. Ich gucke da nochmal kurz drüber. Habe ich das vergessen? Skispringen haben wir gesagt. Ja, nee, dann sind wir doch durch. Genau. Bis zum Freitag. Macht ihn euch nett. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Dann gucken wir auf den Samstag und schauen mal, was da so alles los ist in Sachen Fußball, in Sachen Wintersport, wie schon erwähnt. Aber gucken wir Tennis wieder vorbei. Ja. Und haben die Eishockey-Playoffs. Die DEL wird hier dann fertig sein. Das heißt, ich kann euch dann morgen schon erzählen, wie es losgeht hier in der ersten Playoff-Runde. All das im Frühsport. Danke, dass ihr heute dabei wart. Gerne bis morgen wieder. Und einen schönen Tag euch. wo wir dann ja sowas. Das ist richtig wie es in uns. Und dann kommt es an dem Zahlen. Vielen Dank.